Der LNG Hydrogen Economy ETF investiert in globale Unternehmen, die aktiv in der Wasserstoffwirtschaft tätig sind. Fokus soll dabei der sogenannte grüne Wasserstoff sein, der im Zuge des Klimawandels immer wichtiger wird. Ob diese Strategie auch ein attraktives Investment ist, beurteilen wir aus unserer Sicht in diesem Video. Wir bedanken uns bei unseren Kanalmitgliedern der Stufe Fan mit Herz, namentlich sind dies Roman R. und Ante Sargic. Wenn auch du erfahren möchtest, welche Vorteile du als Mitglied auf diesem Kanal hast, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Dieser LNG ETF basiert auf dem Selective Hydrogen Economy Index, der aktuell ca. 28 Positionen umfasst. Dementsprechend gering ist natürlich die Diversifizierung des Risikos bei diesem Branchen-ETF. Die fünf größten Positionen besitzen zum Stand Februar 2021 eine Gewichtung von ca. 43,46%. Hier besteht also ein großes Risiko hinsichtlich des Einflusses der größten Positionen, da diese die Kursbewegungen maßgeblich diktieren. Zum Vergleich, in den zuletzt auf diesem Kanal vorgestellten ETFs waren selbst in Branchenwetten mehr als 100 Positionen, also Aktien, enthalten. Der Disruptive Technology ETF von Luxor beinhaltete beispielsweise 200 Positionen und der Small Cap ETF von iShares über 1000. Allerdings, die hier dargestellte Indexgewichtung wird wahrscheinlich zeitnah angepasst. Sie stammt aus den Unterlagen zum Zeitpunkt der Aufsetzung des ETFs. Nach Angaben des ETF-Anbieters sollen diese 28 Titel in dem zugrunde liegenden Index zunächst einmal mehr oder weniger gleichgewichtet in den Index aufgenommen werden. Wenn einzelne Positionen zu stark wachsen, sodass sie mehr als 15% des Indexgewichtes an einem monatlichen Stichtag einnehmen, wird eine Neugewichtung, sprich eine Gleichgewichtung der enthaltenen Werte durchgeführt. Das hat den Hintergrund, dass der ETF in der Performance nicht zu abhängig von einzelnen Aktien werden soll. Insofern nehmen wir also an, dass sich diese Gewichtung, wie ihr sie hier in dieser Grafik seht, zeitnah ein bisschen verändern wird und speziell die Aktie Fuel Cell wohl weniger stark gewichtet werden wird. Die Vereinigten Staaten sind mit knapp 40% mit Abstand am höchsten gewichtet. In verschiedenen Welt-ETFs, die zum Beispiel Small Cap oder die normalen MSCI World Aktien abbilden, ist die USA jedoch meistens mit mehr als 60% gewichtet. Großbritannien kommt hier mit 11% auf Platz 2, dahinter folgen dann Südkorea, Deutschland und Norwegen mit Gewichtungen um ca. 7-8%. Insgesamt beinhaltet der ETF Unternehmen aus 12 verschiedenen Ländern. Die meisten Unternehmen stammen dabei aus dem Sektor der Industrie natürlich, wobei sich hier die Strategie des ETFs noch folgendermaßen erklären lässt. Zum einen sind Wasserstoff- und Elektrolysehersteller wie Nel Asa oder ITM Power vertreten. Auf der anderen Seite sind auch Brennstoffzellenhersteller wie Plug Power und Ballard Power Systems dabei. In vielen Clean Energy ETFs, wie zum Beispiel dem bereits vorgestellten ETF von iShares, fehlen häufig die Gasspezialisten wie Linde oder Air Liquide. Diese sind hier aber bei diesem Wasserstoff-ETF ebenfalls mit dabei. Hinzu kommen noch Schwertransport-Unternehmen mit Schwerpunkt Busse und LKW. Hierzu zählen Aktien von Unternehmen wie Daimler, VJ Power und Hyundai Motors. Der ETF setzt in seiner Strategie also vor allem darauf, dass Wasserstoff in der Mobilität bei LKWs und Bussen eingesetzt wird, nicht unbedingt bei Pkw. Schauen wir uns jetzt exemplarisch für den ETF die fünf größten Titel nach aktueller Gewichtung etwas genauer an. Fuel Cell Energy entwirft, produziert, betreibt und wartet Kraftwerke für direkte Brennstoffzellen, die mit Erdgas oder Biogas betrieben werden. Plug Power hingegen entwickelt und fertigt Brennstoffzellen vor allem für Anwendungen in der Elektromobilität an. Sowie für den Betrieb von Fluorfördergeräten und stellt Technologien für den stationären Einsatz in Notstromanlagen bereit. Bloom Energy verdient sein Geld vor allem mit der Vermietung von sogenannten Bloom Energy Servern, die mit mehreren Hochtemperatur-Brennstoffzellen zur stationären Stromversorgung dienen. Altium Power stellt sogenannte integrierte Wasserstoff-Energieanlagen her und hilft bei der Herstellung von Wasserstoff für Brennstoffzellen. Ballard Power aus Kanada ist ebenfalls ein Hersteller von Brennstoffzellen. Schauen wir zunächst auf das durchschnittliche Umsatzwachstum der Top 5, welches relativ volatil ist. Bis auf 2016 und 2019, wo die größten 5 Unternehmen einen leichten Rückgang von 9 bzw. 2% im Umsatz zu verbuchen hatten, ging es jedes Jahr bergauf. Das ist insofern erstaunlich, da die hier sehr hochgewichtete Fuel Cell Energy zwischen 2015 und 2019 fast zwei Drittel seines jährlichen Umsatzes einbüßte. Ohne Fuel Cell selbst würde hier in den Top 5 ein wesentlich größeres Wachstum vorliegen. Bloom Energy konnte zwischenzeitlich seinen Umsatz in 2017 und 2018 um mehr als 70% steigern. Auch Plug Power legte 2018 um 69% im Umsatz zu. Bei den in absoluten Zahlen relativ kleinen Umsätzen der Top 5 sieht man jedoch auch hin und wieder starke Rücksetzer im Umsatz, beispielsweise bei Ballard Power im Jahr 2018. Der Gewinn ist bei derartigen Unternehmen häufig niedrig bis nicht vorhanden. Tatsächlich ist es so, dass in den absoluten Zahlen keines der Top 5 Unternehmen bis 2020 einen Gewinn erwirtschaften konnte. Das zeigt auch, dass ein ETF mit derart wenigen Aktien, 28 an der Zahl und in einer zurzeit verlustreichen Branche, ein sehr starkes Risiko sein kann, wo sich allerdings bei einer Rentabilitätssteigerung natürlich auch große Chancen befinden. Im EBIT-Wachstum, also dem Wachstum des operativen Gewinns, sehen wir aber tendenziell eher einen Rückgang. 2018 und 2019 legten die Top 5 im Durchschnitt jeweils einen EBIT-Rückgang um fast 40% hin. Lediglich 2020, getrieben durch Bloom Energy und Fuel Cell Energy, konnte das EBIT im Durchschnitt um 19% gesteigert werden. In absoluten Zahlen gemessen liegt Bloom Energy aber immer noch den größten Verlust mit mehr als 100 Millionen Dollar pro Jahr hin. Da die Unternehmen im operativen Geschäft keinerlei Gewinne erwirtschaften, sparen wir uns den Blick auf die EBIT-Marge sowie auf das KGV. Keine Aktie im ETF zahlt zudem eine Dividende, sodass auch dieser Wert nicht betrachtet wird. Der ETF besitzt mit 28 Titeln keine gute Diversifikation. Das einzig Positive ist, dass die USA-Gewichtung jetzt nicht ganz so groß ist wie bei vielen anderen ETFs, was bei 28 Aktien an der Zahl im ETF aber auch kein starker positiver Faktor ist. Die Unternehmen sind aktuell noch nicht rentabel, legen aber im Umsatz halbwegs den richtigen Weg hin. Der ETF ist eine der stärksten Branchenwetten, die wir hier analysiert haben, also quasi eine Unterbranche der Industrie. Wir vergeben in der Kategorie Portfolio daher 2 von 5 Sterne. Wohlgemerkt, durch die geringe Größe des ETFs bietet dieser natürlich auch ein hohes Risiko, aber eben natürlich auch einige Chancen, dass der ETF in einigen bestimmten kurzen Marktphasen möglicherweise den Gesamtmarkt outperformen kann. Trotzdem überwiegt bei uns das extreme Risiko die Chancen. Folgt auf Instagram dem Kanal Tech-Aktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und die Unternehmen dahinter natürlich auch und sorgt mit guten Memes auch immer wieder zwischendurch für gute Laune. Mit einem Fondsvolumen von aktuell 2 Millionen Euro liegt der LNG Hydrogen Economy ETF natürlich noch deutlich unter der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert natürlich auch erst seit Februar 2021, also erst wenige Tage. Eine Auflösung des ETFs ist daher nicht ausgeschlossen. Seid euch also bewusst, dass das Fondsvolumen zum Stand heute noch krass gering ist und behaltet bei einem Investment im Auge, wie sich das Fondsvolumen entwickelt. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,49% liegt dieser ETF gerade noch im Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, die so circa zwischen 0,4 und 0,5% liegen. Da es zum Beispiel bei Nicht-Branchenwetten aber häufig Gesamtkostenquoten um die circa 0,2% gibt, ist die Ampel hier auf jeden Fall auf gelb. Es handelt sich hierbei um einen tesaurierenden ETF. Die realisierten Erträge werden also nicht an den Anleger ausgezahlt, sondern sie wandern direkt zurück in den ETF bzw. in den Fonds. Für eine Dividendenstrategie wäre der ETF also nicht die richtige Wahl, wobei die enthaltenen Aktien ohnehin keine Dividenden ausschütten. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer vollständigen physischen Replikation. Der zugrunde liegende Index bei 28 Wertpapieren an der Zahl wird also 1 zu 1 nachgebildet. Das ist natürlich hier auch kein Wunder. Hierbei kann es aber zu einer Tracking-Differenz kommen. Dafür ist der Rebalancing-Intervall halbjährlich natürlich einigermaßen passend und wir hatten ja auch eben schon erwähnt, dass keine einzelne Position mehr als 15% im Index ausmachen soll bzw. im ETF. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie Produktkriterien 2 von 5 Sterne. Wenn ihr das Video in einigen Monaten schauen werdet und das Fondsvolumen möglicherweise die 100 Millionen Euro Grenze erreicht hat, dann könnten wir hier noch einen Stern dazu addieren. Ansonsten überwiegt bei uns aber auch die verhältnismäßig hohe Gesamtkostenquote. Da der LNG Hydrogen Economy ETF erst seit kurzer Zeit besteht, ergibt ein Performance-Vergleich mit anderen ETFs wenig Sinn. Das sind nur wenige Tage, die wir da vergleichen könnten. Da ist die Aussagekraft also sehr begrenzt. Wir beschränken uns in unserem Blick auf die Performance daher auf den zugrunde liegenden Index, den es schon ein wenig länger gibt. Diesen Index gibt es seit Anfang 2020, was ebenfalls kein aussagekräftiger Zeitraum ist. Im Vergleich zum S&P 500 und zum Nasdaq 100 sowie zum DAX performt der Selective Hydrogen Top Selection Index alle Wettbewerber aus. Vom Tiefspunkt bei 136 Punkten im Juni 2020 sprang er um ca. 200 Punkte auf 335 Punkte im Januar 2021. In diesem Zeitraum wäre mit einem ETF auf diesem Index also mehr als 150% Rendite drin gewesen. Bis November 2020 ist der Verlauf aber relativ nahe am Nasdaq 100 dran, bis dann zum Jahreswechsel 2021 die große Rallye begonnen hat. Wie der Wasserstoffindex sich langfristig, und wir reden hier über 20, 30 Jahre, und in Krisenzeiten, Corona ist ja hier auch nicht mal wirklich inbegriffen, im Vergleich zu den genannten Vergleichsindizes verhält, lässt sich natürlich hieraus nicht ablesen. In der Bewertung der Performance für den LNG Hydrogen Economy ETF geben wir aufgrund der nicht langfristig vorhandenen Datenlage immerhin noch 3 von 5 Sterne. Dies ist schon sehr optimistisch, aber wir honorieren, dass der Index auf kurze Sicht den Markt einmal outperformed hat. Allerdings, es ist mitnichten klar, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Daher ab zum Kapitel der Prognose. In unserer Aktienanalyse zur Linde PLC, die ja ebenfalls im ETF enthalten sind, haben wir bereits das Thema Wasserstoff beleuchtet. Die Analyse findet ihr oben verlinkt auf dem i und unten in der Infobox. Jetzt widmen wir uns ein paar weiterführenden Statistiken. Beim Blick auf das Thema Wasserstoff sind zum einen die Kosten der Erzeugung wichtig. Diese liegen in Deutschland im Jahr 2050 Prognosen zufolge beim Import von Wasserstoff aus Nordafrika per Pipeline niedriger, als wenn der Wasserstoff in Deutschland hergestellt würde. Generell scheint also der Import und Export hier in Zukunft ein wichtiges Thema zu sein. Der Wasserstoffmarkt in Europa soll 2030 Prognosen zufolge in etwa 150 Milliarden Euro umfassen, sowie Arbeitsplätze für mehr als eine Million Menschen schaffen. Das ist schon eine starke Größe, wobei ein Großteil, nämlich mehr als 40 Prozent, dann aus der EU exportiert werden sollen. Das zeigt auch, dass die EU ein starkes Interesse an dieser Technologie hat und erklärt, warum mit Frankreich, Deutschland und Dänemark und Co. einige EU-Mitgliedsstaaten in diesem Index vertreten sind. Die Boston Consulting Group hat darüber hinaus das Marktpotenzial für Wasserstoff in der EU berechnet. Alleine für die Luftfahrt wird mit Wasserstoff ein jährliches Marktpotenzial von mehr als 110 Milliarden Euro prognostiziert. Für die Stromerzeugung mehr als 50 Milliarden Euro und für die Schifffahrt mehr als 60 Milliarden Euro. Außerdem mit dabei sind der Markt für Stahl und LKWs. Insofern liegt das Marktpotenzial deutlich über dem prognostizierten Marktvolumen für 2030 von ca. 150 Milliarden Euro. Weit darüber. Was man dabei aber nicht vergessen darf, diese Informationen und die Interessen der EU liegen dem Markt natürlich schon seit Monaten bzw. Jahren vor. Gerade deshalb gibt es auch diesen enormen Anstieg der Wasserstoffaktien im Kurs, die im ETF enthalten sind auch teilweise. Ach ja, und by the way, die Branche, auf die der ETF-Anbieter LNG hier abzielt, nämlich die der LKWs, ist hier in dieser Marktprognose eigentlich eine der kleineren Märkte, für die das Thema Wasserstoff interessant wird. Insofern könnte man sich also fragen, ob denn dieser Fokus auf diese LKW-Branche bzw. auf die Kraftfahrzeughersteller denn da jetzt wirklich sinnvoll gewählt ist oder ob man hier nicht eigentlich noch aus der Schifffahrt zum Beispiel Unternehmen mit aufnehmen müsste. Klar, die Aussage, dass der Wasserstoffbranche ein starkes Wachstum bevorstehen könnte, ist nicht verkehrt. Nur wurde dies zu einem gewissen Teil natürlich bereits in den Preisen eingepreist, da die Märkte hier effizient sind und derartige Informationen natürlich sofort zu Preisanstiegen führen. Es stellt sich die Frage, ob nicht möglicherweise zunächst einmal wieder Ernüchterung in den Markt einkehren wird, da diese Marktvolumen und die Rentabilität der Unternehmen überhaupt erstmal erreicht werden muss. Grundsätzlich wird zwischen grauem, blauem und grünem Wasserstoff unterschieden. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist vor allem der grüne Wasserstoff der, auf den viele Hoffnungen in Bezug auf den Klimawandel gesetzt werden. Die anderen Wasserstoffarten haben vor allem umwelttechnisch einige Nachteile, was ihre Gewinnung bzw. Verwendung angeht. Ein Video, was das Ganze ein bisschen einfacher und besser erklärt, als ich es hier kann, habe ich euch in der Infobox verlinkt. Hinzu kommt, dass im Jahr 2019 der grüne Wasserstoff in der Gewinnung mit Abstand am teuersten ist. Hierbei wird bis 2050 jedoch ein Preissturz aufgrund der Technologie um die Elektrolyseure erwartet. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, der dazu führt, dass grüner Wasserstoff um das Jahr 2050 herum noch günstiger in der Herstellung sein könnte, als alle anderen Wasserstoffarten. Das sind allerdings auch erst 30 Jahre in der Zukunft und hier wird eine Menge an Forschung und Entwicklung benötigt. Das bedeutet natürlich, dass Wasserstoff langfristig in jedem Fall ein wichtiger Trend ist, aber im Hinblick auf ein Aktien- oder ETF-Investment fraglich ist. Wenn ihr die Aktien für die Zukunft halten wollt und damit rechnet, dass die Unternehmen 2050 dann so ein großes Maß an Effizienz in der Wasserstoffherstellung, Speicherung und Verwendung erreicht haben, dann heißt das nicht, dass die Kursanstiege bis dahin so weitergehen wie in den letzten Monaten. Viel wahrscheinlicher ist es, dass hier die Regression zur Mitte greift und die Unternehmen Berg- und Talfahrten durchmachen werden. Es gibt sogar Szenarien, die besagen, dass im Jahr 2050 der blaue Wasserstoff immer noch den meisten Teil oder den größten Teil in der Wasserstoffherstellung und Verwendung ausmachen könnte. Im Rahmen des sogenannten TE-Szenarios wird für das Jahr 2050 hingegen sogar eine Produktionsmenge von weltweit rund 160 Millionen Tonnen von grünen Wasserstoff prognostiziert. Bisher liegt die erwartete Produktionskapazität nach dem Referenzszenario voraussichtlich bei 25 Millionen Tonnen weltweit, also das sogenannte PE-Szenario in dieser Grafik. In den Jahren 2015 bis 2018 lag die globale Produktion von grünem Wasserstoff bei etwa 1,2 Millionen Tonnen, also wir reden hier über eine Ver-160-fachung der Tonnen. Grüner Wasserstoff wird dabei durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt, wozu ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt werden soll, also auch Wind, Solarenergie und sonst was. Genau hier liegt also die wichtigste Grundlage für diese zukünftigen Entwicklungen des grünen Wasserstoffs. Das heißt aber auch im Fazit für uns hier, hier besteht noch einiges an Unsicherheiten und unterschiedlichen Szenarien, die mitunter über den Zeitraum von 30 Jahren dazu führen werden, dass wir starke Kursschwankungen in dieser Branche sehen könnten. In der Prognose vergeben wir daher zwar gute 3,5 von 5 Sterne, dies gilt aber nur unter der Annahme der optimistischen Szenarien, dass sich der grüne Wasserstoff in dem Effizienzausmaß bis 2050 durchsetzen wird. Für das Portfolio haben wir aufgrund der wenigen Aktien im ETF 2 von 5 Sterne vergeben. Für die Produktkriterien haben wir aufgrund der relativ großen Gesamtkostenquote und des geringen Fondsvolumens 2 von 5 Sterne vergeben. Sollte das Fondsvolumen stark steigen, sind hier auch 3 von 5 Sterne drinnen. Für die Performance haben wir wiederum trotz der kurzen Bestandsdauer des Index 3 von 5 Sterne vergeben. Für die Prognose haben wir immerhin 3,5 von 5 Sterne vergeben, dazu gleich mehr noch in der eigenen Meinung. Insgesamt kommen wir hier also auf 2,625 Sterne, die wir auf 2,5 Sterne abrunden. Sollte das Fondsvolumen steigen und die Sicherheit damit ein bisschen einkehren, sind hier auch 3 Sterne im Schnitt denkbar. Meine persönliche Meinung dazu. Klar, dieser ETF sieht im kurzfristigen Index-Chart sehr schön aus. Hat den MSCI World zum Beispiel oder den S&P 500 Index über die letzten 10 Monate outperformt. Klar, das Thema Wasserstoff ist gerade im Hype und alle reden davon, dass sie hier den langfristigen Erfolg sehen. Genau wie beim Thema Clean Energy ETF von iShares sind wir uns einig, dass die Welt in Zukunft neue umweltschonende Technologien braucht und dass grüner Wasserstoff oder eben Solarenergie zum Beispiel sicher ein Bestandteil davon sein wird. Aber das bedeutet nicht, dass diese im ETF enthaltenen Unternehmen automatisch im Umsatz und Gewinn steigen werden. Wir reden hier von Zeiträumen von über 30 Jahren, wo viele vielleicht sagen, das hier ist ein Zukunfts-ETF und den halte ich über Jahrzehnte. Klar ist das eine Zukunftsbranche, aber das bedeutet nicht, dass das Kurswachstum dieser speziellen Branche so wie in den vergangenen Monaten weitergehen wird. Im Gegenteil, sollten die Unternehmen zum Beispiel Probleme mit Förderungen oder Effizienzproblemen bekommen, droht hier auch schnell ein unterdurchschnittliches Wachstum. Auch wenn das viele vielleicht nicht hören möchten. Die Informationen zur Zukunft vom Wasserstoff liegen dem Markt bereits vor und auch deswegen sind die Kurse in den vergangenen Monaten so stark angezogen. Für mich ist dieser ETF sicher eine schöne Idee, mit dem man kurzfristig und unter starker Beobachtung eventuell ein paar gute Prozentpunkte im Hype mitnehmen kann. Aber für mich ist das hier kein langfristiges Investment. Natürlich kann man die Lage aber auch so sehen und sagen, okay, ich interessiere mich für einzelne Wasserstoffunternehmen und habe hier die Möglichkeit mit einem Produkt, mit diesem ETF, gleich 28 Stück davon in mein Portfolio zu nehmen. Das heißt, ich sehe das hier eher fast schon als Aktie an bzw. als ähnlich risikoreich wie den Kauf einer Einzelaktie. Insofern kann man auch sagen, das Risiko ist es mir hier wert, dass ich diese 28 Unternehmen mit diesem einen ETF in mein Portfolio nehme. Für mich überwiegt hier aber das Risiko, diese 28 Unternehmen aus einer speziellen Branche in mein Portfolio aufzunehmen. Wie seht ihr diesen Wasserstoff-ETF? Habt ihr ihn schon in eurem Sparplan bzw. plant ihr ihn mit aufzunehmen? Noch gibt es ihn ja nicht überall zu kaufen. Schreibt eure Meinung dazu unbedingt in die Kommentare. Ab der Kanalmitgliedschaft Unterstützer kannst du auf unserem Kanal übrigens voten, welche Aktien- oder ETF-Analyse wir in den kommenden Wochen produzieren sollen. Danke auch an die Kanalmitglieder der Stufe Unterstützer, die hier dafür sorgen, dass wir Woche für Woche zwei Videos bringen können. Wir sehen uns am Donnerstag mit der nächsten Aktienanalyse wieder. Bis dahin, ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund. Ciao. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden, wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet. Dieses Video dient einzig und allein der Unterhaltung.